Hey Freunde und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Shellshock live mit Lars oder so, hallo Lars, und zwar spielen wir nämlich heute dieses Spiel, wo man Panzer spielen muss, das Spiel ist super witzig, ich möchte gar nicht mal so viel hier im Einlog-Screen erklären, deswegen drücken wir auf Ready Spaghetti und werden hier einfach mal in die Map reinkommen, und zwar muss man hier nämlich gegeneinander kämpfen als Panzer. Alter, die Map ist richtig nice, wir haben schon mal so eine Testrunde gespielt, mehr oder weniger, bei Lars kam übrigens auch eine separate Folge, schaut auf jeden Fall vorbei, ich habe hier einen Black Roller, Alter, ich fang an, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kann man sich mit VRSD bewegen, ich habe nämlich die letzte Runde mit einem Controller gespielt, okay, ja, VRSD, oh, oh, Alter, Junge, war der bad, ey, warte mal, ähm, ach, das ist der Back Roller, ey, warte, ich weiß sogar, wie ich den schieße, Mann, mit was schießt man, mit Leertaste, ja, Mann, der Back Roller, guck dir den, oh, 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 oh Ich habe mich jetzt ein bisschen weiter nach vorne bewegt, aber werde dir jetzt was richtig krasses reinhauen. Die Lab ist richtig cool eigentlich. Ja, eigentlich schon, ne? Wir sind voll da beieinander. Warte, und los. Nein! Oh nein. Jetzt ist einfach die Mitte weg. Ja, die Mitte ist jetzt einfach weg. Warum hast du das kaputt gemacht, Roman? Wir haben jetzt einfach voll... Boah, Junge, ey. Das war der schlechteste Schuss der Welt, ey. Das war aus Versehen. Das war komplett aus Versehen. Boah, weißt du was? An dem Ding prallt es ja ab, oder? Oder dort oben? Ja, du, Alter, wenn du in die Steine gehst, das geht nicht, Roman. Du bist in den Stein. Echt jetzt? Glaubst du, das geht doch nicht? Das geht nicht, das geht nicht. Du musst raus aus den Stein. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde komplett durchziehen, Mann. Nein! Ich habe gedacht... Oh nein! Oh, Junge! Alter, das habe ich fast selber getroffen. Oh mein Gott, nein! Okay, okay, warte. Ich nehme jetzt hier mal das Granada und... Oh, oh! Alter! Oh, Junge, Junge, Junge! Alter, wäre das jetzt noch ein bisschen weiter zu dir gekullert, wäre vorbei gewesen, ne? Warte. Ja, die Granada ist echt heftig. Mal gucken, was ich noch habe. Ich habe hier... Oh, das ist gut. Das ist gut. Warte mal. Ich glaube, da nehme ich einen kleinen Radius und dann zack. Oh nein! Oh nein! Du bist direkt vor einem Stein. Das ist nicht gut. Oh, das ist richtig blöd. Aber dadurch kann ich auch schlechter getroffen werden, weißt du? Aber du bist auch direkt vor einem Stein. Pass auf. Nein! Oh, yo! Jetzt bist du voll durch die Steine gefahren. Alter, wir sind voll nah beieinander. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Bitte, Lars, übertreib mich. Ich mache das so und dann mache ich den hier und dann zack. Eww, der war richtig blöd. Genauso wie bei mir, ne? Man hat da überhaupt noch gar kein Gefühl für. Ich glaube, ich glaube, das ist auch so dieser Clou an der Map. Das ist, glaube ich, dass da so viele Steine so unten sind, gell? Ah, stimmt. Das würde sogar Sinn ergeben. Ja, ja, ja. Ich mache, glaube ich, den hier und dann zack. Oh ja! Oh ja! Alter! Der hat gesessen, Lars. Weißt du, was das bedeutet, Roman? Das bedeutet Krieg. Das bedeutet Krieg. Ich muss mal gucken, was ich noch für Waffen habe. Nein! Was soll das? Items habe ich auch noch keine. Wieso schieße ich denn wie so ein Idiot? Warte, ich überlege gerade. Oh, ich überlege, was richtig krass ist. Ich überlege, den heftigsten Schuss hier zu machen. Und zwar den Snipe. Oh nein! Schieß volle Kanne da oben. Das war echt nicht gut, Mann. Oh, oh, du hast jetzt... Vielleicht... Man kann hier sogar die Gradzahl, so wie es aussieht, wählen, ne? Echt, jetzt kann man? Ich glaube, das ist so ein Spiel für richtige Könner, kann das sein? Aber wir sind voll die Lups, ey. Oh nein! Oh, okay, gut. Die Map ist echt gar nicht so einfach. Also da bin ich mit meiner Map in meiner Folge viel besser zurechtgekommen. Oh Mann, warte mal. Das heißt, ich mache hier einfach mal kurz den... Oh, doch, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich tue. Und zack, die Leer. Oh, Junge, der hat gesessen. Du haust mir gerade so richtig auf die Mütze. Alter, jetzt ist ja auch noch direkt vor mir so ein Ding. Was mache ich jetzt? Was mache ich? Ich werde, glaube ich, das tun, was nämlich ein bisschen piekst. Nämlich das hier. Oh, der Kaktus! Eingetroffen! Junge, der zieht voll viel. Der zieht richtig viel, ey. Der zieht sich dumme Gelb. Oh mein Gott, weißt du, was ich jetzt machen kann? Und wenn alles richtig geht, dann könnte ich theoretischerweise den jetzt hier wählen und einmal richtig durchziehen. Geh durch! Oh, Junge! Alter! Junge, der hat gesessen! Das ist das vollste Erfolgserlebnis, wenn man trifft. Aber echt, ey. Das ist richtig krass. Aber ich habe, glaube ich, das falsche Item gewählt. Ich glaube, das darf man... Oh, Junge, was ist das? Ja, bitte, 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 bitte. Nein, 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 der trifft nicht. Alter! Ah, das war Horizon. Junge, Junge, Junge. Oh, da oben ist Double Damage. Oh, ich glaube, ich muss den nehmen. Ich nehme, glaube ich, den Double Damage. Oh, und wenn... Doch, das könnte vielleicht funktionieren, wenn ich nicht komplett dumm bin. Warte. Ah, gut, das werde ich jetzt nicht so unterschreiben, lieber Roman. Warte, ich nehme jetzt, zack, den... Oh, nein! Nein! Oh, der... Wenn ich nicht komplett dumm bin. Aber ich bin komplett dumm aus Versehen. Oh, nein! Ich habe es nicht mal getroffen. Das ist einfach seltsam. Oh, lol, ey. Oh, nein, der trifft volle Kanone. Alter, der gesessen, ey. Lars, du bist richtig gut in dem Spiel, ne? Ach, geht. Aber ich habe eine Geheimwaffe. Ich habe die Geheimwaffe des Wahnsinns. Und zwar den hier. Und zwar ist das der beliebte Backroller. Oh, er hat voll getroffen. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass er nicht mal ankommt. Okay, wir haben wieder... Ich habe auch gedacht. Wir haben neue Weapons wieder bekommen. Oh, yeah, da sind ein paar Sachen wieder dazu gekommen. Grüß. Ich destanziere mich jetzt ein bisschen von dir, Roman. Aber ich werde jetzt hier etwas raushauen, was dir schon ein bisschen wehtun würde. Aber ich werde jetzt nicht sagen, was? Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Nämlich den hier. Oh, ja, oh, Alter. Nicht mal getroffen. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Wir nehmen bei mir einfach mal ganz gechillt die Waffe hier und sorgen mal dafür, dass es bei dir ein bisschen heißer wird. Oh, ganz schön warm hier drin. Alter, ich habe dir ganz schön fünf Damage gewonnen. Komm, Roman, was willst du eigentlich mit deinem billigen Feuerzeug hier? Okay, was willst du damit? Warte mal, wir nehmen jetzt, wir nehmen... Oh, oh, Roman, ich werde jetzt den allseits Beliebten... Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Du darfst dreimal raten. Nämlich nichts Krasses. Den allseits Beliebten... Oh, nein! Das ist neu, bist du dumm! Oh, mein Gott. Lars, ich verstehe nicht, wieso du manchmal so gute Dings triffst. Aber es ist für dich, glaube ich, heute vorbei. Oh, nein! Oh, Alter, das ist... Was war das? Das war das Horizon? Das war... Nee, das war Dings, der Wumster. Dieser... Zinkhole war das. Okay, nice. Oh, du hast da Double Damage. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Aber das hier wird dich jetzt. Das hier wird dich treffen. Oh, nein, die Fische! Oh, einen Damage hast du gemacht. Okay, weißt du, was ich jetzt einfach mache? Ich ziehe bei dir einfach komplett durch. Warte. Und... Oh, das ist sauspannend, dadurch, dass wir so... Oh, nein, ganz knapp! Oh, das wäre richtig hart gewesen. Kann ich den nicht? Oh, nee. Aber du hast nur noch 96 HP, Alter. Man kann dich richtig gut wegnatzen. Oh, oh. Das hoffen wir natürlich nicht, ne? Ich habe nämlich noch 111. Weil du kannst nämlich, wenn du über den... Hä, was war denn? Hä, was war denn das? Bad war der Bad. Hä, warum? Warte, 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 warte. Oh, ich muss jetzt auf jeden Fall mal treffen. Du bist vor lauter Steinen, Roman. Das musst du wissen. Oh, 19 Damage. Alter, das ist hart. Er hat richtig gezogen, ey. Oh, oh. Du bist jetzt in so einem Stadium, da muss ich schon in die Luft schießen, um dich zu treffen, weil du so verbunkert bist. Ja, weil du schon weg bin hier. Oh, bei mir sind überall nur Steine in der Nähe. Hilfe! Warte mal, habe ich Items? Ich habe keine Items. Ich habe noch nie ein Item in diesem Spiel benutzt. Achtung, den werde ich jetzt auch voll... Das ist der Backrower. Oh mein Gott. Das geht so gar nicht. Das war saudumm. Oh, okay. Das war komplett dumm. Warte, 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 warte. Ich könnte hier theoretischerweise... Oh, ich mache, glaube ich, jetzt... Ich riskiere einfach mal was in diesem Spiel, okay? Oh, oh. Ich riskiere jetzt einfach mal. Wenn ich nicht vollkommen dumm bin, sage ich nur. Was? Oh, nein. Aber Double Damage, aber Double Damage. Aber warte mal, zählt der Double Damage jetzt die ganze Zeit? Nee, ne? Der zählt nur für die eine Runde, wo ich getroffen habe. Nein. Alter, hättest du das getroffen? Double Damage. Hättest du Double Damage getroffen, wäre vorbei gewesen für mich. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, ich könnte mal theoretischerweise... Ich habe was vor, glaube ich. Warte mal. Ich nehme einfach mal den hier, einfach weil ich es kann, und mache einfach den hier. Warte. Bitte nicht. Oh, nein. Was ist dumm. Ich habe das ganz anders kalkuliert. Oh, nein. Oh, nein. Das ist richtig schwer zu treffen, was du jetzt gerade hast, Mann. Das ist richtig schwer. Aber ich werde mein Glück versuchen, und ich werde den hier probieren, was wahrscheinlich überhaupt nichts bringen wird. Aber wir nehmen das da, und dann machen wir es da, in der Hoffnung, es könnte funktionieren. Oh, Junge, du hast... Nein. Alter, das ist... Du hast getroffen. Du hast einfach getroffen, Junge. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie hast du das geschafft? Guck mal, wie dumm meine Portale sich gesetzt haben. Ich muss jetzt was ausprobieren, und zwar... Du musst dann ganz langsam schießen, wenn du so ein dummes Portal hast. Warte. Ist dein Panzer eigentlich auch grün, oder ist er rot? Oh, yeah, Baby. Richtig hart getroffen. Das ist richtig dumm. Hart getroffen. Ja, das mit dem Portal, was du gerade hast. Äh, wobei... Du kannst die Portale jetzt wirklich benutzen. Oh mein Gott, Alter. Der prallt, glaube ich, ab. Jo. Alter. Alter, Junge. Hier kann man wirklich manche richtige... Der ist richtig fies, man diese... Ja, Mann. Ich, ich, ich nehm... Ich hab jetzt gerade eben schon... Ich wollte gerade eben so sagen, ja, ja, das muss einfach irgendwie treffen. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich nicht treffen kann. Ich muss einfach den hier machen. Oh nein, der geht nur durch eine Wand durch. Mist. Ja, Mann. Das wusste ich nicht. Hey, ich hab hier bekommen... Du hast ein Cap-Package. Guck mal, das ist genau vor meiner Nase gelandet. Oh, oh, Lars. Ich bin dran, okay. Ja, du bist dran. Woher hast du den Zauberstoff? Wie hast du den bekommen? Keine Ahnung, der war auf einmal da. Lol, Alter, der Lars oder so. Der schummelt ja immer richtig... Nein! Ich schumm... Oh mein Gott, warte mal. Die Welt ist wieder zurück. Warte, 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 warte. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das mache. Was hab ich für... Oh, oh, ich hab gar nicht mehr so viele coole Sachen. Oh nein! Ich hab einen Stein vor meinem Gesicht. Oh nein! Ich werd mich hier... Nee, das ist dumm, wenn ich jetzt das da nehm. Oh, lol. Ich hab neue Attacken. Du's nicht! Du's nicht! Warte mal, ich nehm einfach den hier und mach irgendwie... Ich schieß einfach hoch. Hey, doch, das hat getroffen. Oh, yo, stell dir mal vor, das wär da oben nochmal abgeprallt. Alter, wär das krass. Ich hab wieder neue... Ich hab neue... Oh, Junge, ich hab richtig viele neue Sachen. Ich hab Bounce Bloat. Ich glaub, ich werd den hier nehmen. Hey, yo, ist Bounce Bloat das, was du vorhin hattest? Ey, das hieß anders. Das war so ein Zauberstab. Das ist ein Zauberstab? Ich mach mal den hier. Neeein! Oh mein Gott, du hast die Granate voll... Bitte nicht! Oh mein... Bitte... Du hast dich einfach getötet. Oh mein Gott, Lars, du Noob, Alter. Ja! Ich hab voll gewonnen. Alter, 145 Damage, ey. Richtig gut, ey. Alter, bist du ein Nubi. Oh nein, nein. Ich bekomm richtig viele Sachen gerade. Ich hab auch noch gedacht, in dem Spiel bin ich gut. Oh Mann, ey. Aber das war ehrlich gesagt voll lustig, muss ich sagen. Oh, hier gibt's Bananen. Wir hoffen natürlich, dass... Oh, Leute, ich bin 429.000 bestester Spieler in diesem ganzen Spiel. Mega lustig, ey. Na ja, falls ihr auf jeden Fall ein paar mehr von diesem Projekt haben wollt, dann schaut erstmal bei Lars vorbei. Und sehen, wie ich mich in die Luft sprenge. Genau, wie Lars sich in die Luft sprengt. Dann gebt einfach einen Daumen hoch, schreibt einen netten Kommentar und ansonsten sieht man sich in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Tschau! Ciao!